Schönen guten Abend. Wieder und wieder, ein echter Hit, nein der war ja nie dabei. Bananaba-ba-ba-ba-ba-da. Bananaba-ba-ba-ba-da. Das hier ist nichts großes und ihr fragt euch schon, Sag mal, Kalle, warum traust du dich überhaupt hinters Mikrofon, so ganz ohne Talent und ohne Genie? Und ich sag, hey, ich such noch immer die große Melodie Die dritte Strophe, die muss es jetzt bringen Denn danach, da muss das Publikum laut mitsingen Denn am Schluss, da heißt es, jetzt oder nie Und sicher kennt ihr sie schon, diese kleine, die kleine Melodie Malalapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Ja, schönen guten Abend hier aus dem South Pole. Ein Online-Konzert, eine Stunde etwa. Mal schauen, wie das so mit den Stücken rauskommt.